Ultra Street Fighter 4 Das wird so grob übersetzt Hallo und willkommen zu meinem kleinen Spielchen zwischendurch Zwischen Pest und Cholera Ich nehme heute mal jemanden, den ich nicht so gut spielen kann Ich habe sie zwar schon mal verwendet Ich will nicht sagen benutzt, aber Ach wieder die Standbilder, das mache ich ja gar nicht, deswegen breche ich das nochmal ab Hades ist übrigens die schwierigste Schwierigkeitsstufe Oh, Hintern Das würde ich nun mal erwähnt haben Ich habe mir die Move natürlich auch angesehen vorher, damit ich nicht wie ein kompletter Vollidiot aussehe Aber nur wie ein alternder Hippie Boah, schon den Ultramove jetzt an der Stelle Meine Zeit nochmal Und voll in die Fresse Ich glaube, den muss ich auch mal spielen Oh Sieht gut aus Das kann man jetzt schon verlieren Na, wenigstens hat der getroffen Und der sitzt Ja, durch die Feigheit Dieser Scheiß-Moves hier Kann man das wieder schaffen Oh, da geht sie richtig ab Und was habe ich für eine Note bekommen für diesen Kampf? Einen Weiß ich nicht, wo steht das? Einen Y Ach, nicht doch der Warum muss der immer dabei sein? Ich hasse den schon mit Fightern, die ich gut spielen kann Ja, sicher Ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich ja doch mal perfekt Jetzt, wo ich noch die Fresse aufreiße Aber nee Da kann man nichts mehr machen Wenn er einen erstmal in dieser Attacke hat Die er die ganze Zeit macht Und man geht dann auch selber dran vorbei Dann Kann man nur hoffen, dass sowas sitzt Und das sitzt natürlich nicht Nein, es sitzt natürlich nicht Dann kann ich es mal wieder auf diesem lächerlichen Wege versuchen Au Das geht nicht gut Ja Die Ungerechtigkeit hat wieder gesiegt Meine sehr verehrten Damen und Herren Schön Haha Ja Ob ich dagegen Fess auch noch so lachen werde Ich weiß es nicht Mal sehen Die kenne ich auch nicht Die ist, glaube ich, auch neu in diesem Spiel Das ist ein R Oh, die hat ja auch so Gummibeine, wie die da sind Sie hat Ich glaube, das ist ein hawaiianischer Paarungsdant Sehen sie hier So wie Zumba Vielleicht ist das sogar Zumba Oh, nein, 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 nein Ah, da habe ich nämlich gerade was gedrückt Die können das vom PC Also die CPU können das ja super timen Wenn man gerade einen Ein, irgendwas ausführt Dass sie dann so blitzschnell reagiert Ja Gott sei Dank Durchs Blocken auch Ich habe ja eben schon gesagt Durchs Blocken Oder habe ich es überhaupt gesagt Ich weiß es nicht Blocken Ach, ist das nicht Yugo Da noch im Hintergrund Und ich weiß nicht Ob noch andere dabei standen Auch Blocken bei Irgendwelchen Superattacken Bei Schüssen oder sonst was Zieht ja immer so ein ganz klein bisschen ab In diesem Fall hat es natürlich jetzt noch gereicht Um mir noch einen Sieg zu erschleichen Oh, das macht er jetzt auch die ganze Zeit Ja, was hat er jetzt gemacht Dass er meinen Move hier Oh, ja, da bin ich Das, also manche muss immer Vorrang haben Das ist echt krank Ja, schon wieder Ich kann auch hier nicht gewinnen Mit meiner fiesen Drixen-Hutten-Taktik Oh, und der sitzt natürlich auch wieder Wie eine Eins Aber es hat noch nicht gereicht Mich zu vernichten Nein, der hat auch Vor dem Ultra-Move-Vorrang Was für ein erbärmlicher Dreck Ist das denn hier Ach, Ken Sowas Ehrlich Ich glaube, da ist Seth Da noch richtig Eine Erleichterung Am Ende Ach, komm Einen Continuum gebe ich mir bei dem Spiel Hier noch Sonst breche ich es ab Das ist ja wirklich Eine ultimative Scheiße Dann ziehe ich mal Irgendwo so einen Kittel an Die haben ja hier so Alternative Outfits Oh, boah Da habe ich wirklich Bock drauf schon Was sieht denn jetzt aus Das ist ja auch sexy Das ist wirklich immer Ich muss warten, bis er irgendwas anderes macht So wie das hier Und dann einfach kontern Anders geht es ja gar nicht Ja, easy ist es ja wirklich Oder hier, wenn man was gemacht hat Oh, nein, ich wollte gerade einen Einen Throw machen Einen Wurf Einen Wurf Und dann kommt er mit einem Konter Ja, aber ich schaffe es auch Unfassbar Das war's, Ken Auf Wiedersehen Schluss Aus und vorbei Die Gerechtigkeit hat hier gesiegt Meine lieben Freunde Soll ich das sehen Ah ja Die kenne ich auch noch nicht So wirklich gut Der war aber, glaube ich, auch schon im Arcade Ding und dabei Oder verwechsel ich das vielleicht mit Street Fighter vs. Tekken oder Street Fighter vs. Pac-Man Boah, die Gattenschlachter auf meine Zeit Aber Was ist das denn? Ja Aber so geht das nicht Da kann man so einem ausgeschlafenen Street Fighter Nicht kommen Mit so einem Quatsch Ja Da wollen wir ganz schnell mal Ende hier Wollen wir Schluss Ja, der ist auch klasse Der ist manchmal mal so, mal so Ne Oh, Scheiße, was das abzieht Was macht er denn jetzt? Nicht geschafft Oh, der trifft immer Komm Block ist wenigstens Dann ziehe ich wenigstens ein bisschen was ab Boah, Alter, was macht der für eine Scheiße mit mir Oh, du Scheiße Ja Aber er fliegt auch einfach mal so durch die Gegend Da kann man ihn dann mal gut treffen Wie man sieht Dann ist auch schon mal Feierabend So Kann ich lachen Aber es war nämlich ganz schön knapp Ja, wer ist denn mein Rival? Ich bin immer gespannt Die geile Alte Die war aber leicht mit Kennen zu besiegen Oh, Scheiße Und Schluss Nein, nein Komm Deren Ultramove kann man wirklich super ausweichen Also die zu spielen ist, glaube ich, eine Strafe Falls jemand möchte, dass ich die Spiele vergesst es Das mache ich nicht Oh, da ist er ja schon wieder Oh, Mann, du Ja, einen ganz schön weiten Tritt, ne Wenn man springt und in Luft High Punch ansetzt dann Oh, das ist super, dass der kickt Nein, ich bin nicht gerade gesprungen, ne Da hat er es sofort ausgelöst Ah, und er trifft mich auch nicht ganz so doll wie sonst, ne Aber mit dem muss man warten, bis er irgendeinen Schlag ausfällt Der braucht nämlich so einen ganz kleinen Augenblick, bis er Der Schlag dann auch wirklich rankommt am Weg, ne Und wenn er sich so teleportiert, ist das dann gar nicht so leicht Ja Schluss Das war's Wow Ist natürlich nichts gegen die asiatischen Kampfmethoden hier Wenn man online spielt, aber Schon gar nicht so scheiße So leicht, wollte ich sagen Jetzt gucke ich mir den Dreck noch an Und dann, äh, sag ich mal Tschüss Naughty kitty Naughty kitty Naughty kitty How's our patient doing? Any pain or discomfort? Where... Where am I? Don't worry Amnesia can be alarming Trust me, I know But I'm here for you It's you Yes That's right I'm here to help you Actually We'll both be watching over you 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 Vielen Dank.